La 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 la, ich bin Arsch Ketchup, la 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 Pssst, hey, pssst, du da, kleiner Mann, hey, pssst, hey, komm mal her, komm mal her Sie sehen aus wie ein vertrauenswürdiger Händler Oh ja, oh ja, ich hab hier ne ganze, ich hab hier so ne Latex-Tasche, voll mit, äh, Catch-Clipper Willst du eine haben? Was ist denn ein Catch-Clipper? Ist das ein Pokémon? Nein, 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 das ist so ne, du machst vorne ein Loch in die Tüte und dann schleuderst du das über deinem Kopf Und dann, äh, kommen die Pokémon von ganz an ein, ganz viele wilde Pokémon, die, die lieben das wie Zucker, wie Zucker Für, äh, 130 Gelga-Max kriegst du den ganzen Beutel voll Okay, aber ich hab nur Quadlons Äh, naja, gut, also für 400 Quadlons würde ich mich überreden lassen, noch eine voll zu schlackern Also ich hab da hinten, hab ich so ein Lager, aber das dauert ungefähr sieben Minuten, dann könnte ich dir ne ganze Tüte bringen Okay, dann geh ich so lange diesen Piraten abstechen La 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 Wenn du mitkommst, dauert's nur zwei, wenn du mitkommst, dauert's nur zwei Minuten, was hast du getan, Alter? Der Pirat hat mich provoziert und ich bin Arsch-Ketchup Piraten hier in Vagina City und Vagina City Wir sind hier in Vagina City Ist das das, guck mal, das ist ja ein richtiges Poké-Center Ja, ist voll gut gemacht, Alter Boah Ist richtig gut gemacht, aber ich brauch Catch-Clipper, um neue Poké-Bälle an Land zu ziehen Ja, guck mal, hier sind ganz viele Flaschen voll mit Catch-Clipper und ich mach das Ding noch selber Naja, bei mir, das ist Hand gezapft, ne, das ist ein Handwerk, Jahrhunderte alt, weißt du Ich muss hier Piraten abstechen, Kreis Ach, guck mal, ich mach hier den Schaufeltrick Boah Wir sind sogar Geschäftsmänner Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ach ja, die letzte Folge hat keine 4000 Likes, warum machen wir trotzdem ne Folge? Warum machen wir das? Keine Ahnung Ich weiß es nicht, also, das ist jetzt wirklich die allerletzte Also, einer von uns scheint ganz schön verzweifelt zu sein Ich bin verzweifelt, deswegen reibe ich mir Catch-Clipper ins Zahnfleisch Catch-Clipper Ash-Clipper hab ich auch ne Ash-Clipper, frisch gezapft vom Damm Frisches Damm-Clipper, Alter, hier sind so Mafiosis, was machen wir hier in der Pokémon statt? Ich weiß es nicht, vielleicht Team Cockett Team Cockett Team Cockett Oh Mann Du bist dran, Schildkröte Nein, Team Cockett hat doch nen Mauzi Und nen Smoggy Moggan Cock Arr-Bock Arr-Kock 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 Hier sind Headphones, kann ich irgendwas mit den Headphones machen? Headphone-Mic Aufsetzen und dann machst du den Digi-Di-DJ Ich hab mir hier ganz viel Catch-Clipper eingeklippert Aber irgendwie hab ich auch nix getötet, du Ich schon Ich find keine Waffen Naja, ich hab auch krassen Piraten halt abgestochen Ich find keine Waffen, da hinten ist alles voll mit Waffen, Alter Die ganze Hütte So, jetzt bin ich dran Hier, ich bin voll im Rausch Wenn die Bälle erstmal in Bewegung sind, weißt du, dann, dann Wenn die erstmal schleudern, weißt du, dann geht's los Ich bin halbtot Da kam so'n, so'n, so'n Typ mit nem Stuhl Ja, Stuhltypen, du weißt doch, du sollst dich von diesen Stuhlingern fernhalten Ich wurde hart angestuhlt Jetzt muss ich hier mit Seerosen rumschleudern So verzweifelt bin ich Also ich kill hier ohne Ende Peoples Alter, hier verstecken sich Leute in dem Büsch Warum grippiert denn hier niemand? Oh, der Pirat ist tot Der Pirat ist schaufel Sein Piratenleben ist vorbei Mafiosi, ich hab wirklich gar nichts mehr Lebensenergie Also könnte sein, dass ich jetzt gleich umfalle Ey, hier ist ein nackter Typ auf dem Bett mit ganz viel Geld Hast du den schon gesehen? Naked Money Boy? Ist das der Boss von Team Rocket? Ich mein, die haben ja einen Chef, ne? Money and Naked Und der hat auch Geld in der Hand Alter, wo bist du hin? Die Stadt ist ja riesig Was macht der denn hier? Ich bin hier, hallo Hier vorne Komm mal mit Hier, oh, die Tür Jetzt da um die Ecke hier Schau mal, schau mal Was hat der vor? Was soll ich mit ihm machen? Soll ich ihn am Leben lassen oder soll ich ihn töten? Nimm sein Geld und werf es auf die Leute Okay, ich nehm Geld und werf es jetzt auf ihn Und sag, tanz du Schlampe hier, tanz Tja, jetzt wenn ihr Oh mein Gott, ist der geflogen Ich schätze mal, das ist der Arena-Leiter Das war wahrscheinlich Deswegen hat der so viel Kohle auch Der Geldorden, den musst du erstmal kriegen Guck mal hier, Alter Hier sind so viele Baseballschläger und Speere Ja, aber hier kommt gerade ein schwarzer Dude Und ich hab ein bisschen Schiss Boah, ich hab ihm voll in die Eier geworfen Haha, wie er da sitzt Stirb, Alter Komm schon Bei mir sitzt er hier Ich grab mich hier gerade Durch seine Schädelhaut Richtung Knochen Bis ich Gehirn finde Mit einem Löffel Mit einem Löffel, ja Ich hab ihn Ich glaub, der ist tot Bam Da hinten wird jemand geteasert Oh, hier ist ein State Trooper Geteasert oder geteasert? Geteasert wurde In den Wald geteasert Hey, guck mal hier, das wäre ein ganz geiler Film Ich bin so da hinten in den Büschen Alter, der hat einen Schnitzel dabei Zum Glück hab ich den erlegt, Alter Der hätte uns richtig fertig gemacht Schnitzel, Mann Kotelett Kotelett, Mon Kot, Mon Kot, Mon Du bist dran, Kot, Mon Kot, Mon, du Dann brenn den überall rum Ich hab so wenig Leben Hast du schon irgendwie Schaden genommen? Nein, gar nicht Das ist immer so, ne? Einer ist kurz vorm Verrecken Und einer kriegt gar nichts Oh, hier sind ganz viele Flaschen voll mit Catch-Sirup Fangsaft Fangsaft Immer wenn du ein Pokémon fängst Verliert es ein bisschen Saft Und den kannst du... Wie viel Fangsaft hast du denn jemals verkauft? Ja, ich bin der Fangsaft-Händler Also ich bin ja schon seit vielen Jahren hier in der Stadt Und ich bin der Einzige Am meisten hab ich an... Merkwürdigerweise hab ich am meisten Fangsaft an Priester verkauft Ich weiß nicht, für was die das verwenden Komischerweise Ich weiß nicht, Priester scheinen sehr gerne Pokémon zu catchen Ja, ja Ja, die sind besonders auf Pokémon aus Oder kleine Kokomons Kleine Kokomons Alter, wo sind die denn alle hier? Schlabbern die Ich hab keine Gelga-Max Klar, ich hab keine Gelga-Max Ich hab nur Quadlons in der Hose Ey, wo gehen die hin? Die gehen alle in die Büsche Was ist da drüben los? Die gehen alle in die Büsche Ja, weil die jetzt gehört haben Da gibt's Fangsirup Das heißt... Ich sag, das heißt Catch-Saft oder sowas Schlacke Fangschlacke Fangschlacke Ja, eine Packung Fangschlacke mach ich in sieben Minuten Schlacke ist aber auch so ein richtig geiles Wort, oder? Ja, ja, schon Ey, das gibt's doch nicht Hier sind so viele Waffen, aber irgendwie hab ich trotzdem nie eine Waffe Na, hinten ist ein Baseball-Ständer Alter, der Schwarze hier guckt aber richtig cringy Der war auch Afro-Dude Zack, haha Ich hab ihn wieder aufgerichtet mit dem Schlacke-Nacken Schlacke-Nacken hilft beim Kackengehen Snack-Revive Snack-Revive, Alter Ey, die sind alle hier doch in dieser blauen Hütte Was ist die blaue Hütte? Was ist die blaue Hütte? Ich glaub, das ist ein Shop Blauer Shop Blauer Shop, ja Ein Kokeshop Ja, deswegen sag ich ja Und die haben ganz viele Flaschen voller Schlacke hier Also in Pokémon dreht sich alles um Schlacke, ja? Ja, ja, klar Hast du noch nie Pokémon gespielt? Also in der Version, die ich hab Das ist die thailändische Version, oder? Da muss man ziemlich viel Schlacke sammeln, um dann gegen den Stein-Arena-Champion anzutreten Stone-Heart-Rococco Wenn du gegen Rococco kämpfen willst, Alter Und in der zweiten Arena, äh, Peter Norris ist da der Chairman Ich bin's der Parlemann oder Pokémon? Wie, gibt's da jetzt einen wesentlichen Unterschied, oder? Kann man eigentlich hier raus? Nee, ne? Okay, ich probier's lieber nicht, bevor ich sterbe Die Waffen hier gehen so schnell kaputt irgendwie Naja, aber guck mal jetzt doch Wir haben ja jetzt schon gewonnen Ja, ich bin nicht so schabier Ein paar Leute aggro machen Ich hab einen abgestochen, der andere solidarisch direkt auf die Knie Ja, wie damals, äh Unten am Rock Streisern, ne? Ja, damals Als, äh, Lord Pedomon noch Ich dachte, das passt gerade zum Thema wegen Mon Mon Hey, hallo Hier sind so viele Flaschen zum Schlackern, Alter Hätte ich die alle voll gemacht, wäre ich reichen Ja Afro-Dudes Die bedienen sich ja alle am Regal Was sind denn die blauen Dinger hier eigentlich? Tabletten? Poke-Tabletten? Ich glaub das sind irgendwie, das sind Poke-Tabletten, ja Poke-Tabletten Poke-Crack Oder Poke-Zäpfchen Poke-Crack brauchst du Stell dir mal vor, Alter, weißt du, weil du jetzt kannst ja die Pokémon auch pflegen und bürsten und weiß ich nicht Oh, ein Poke-Zäpfchen, dein Pokémon hat Fieber Hm, das mag er aber gar nicht Weißt du, was ist er? Musst du mit so einer gestörten, mit so einer gestörten Mädchenstimme, weißt du, musst du sagen Mein Pokémon hat Fieber, hm, das mag er aber gar nicht Dann muss ich hinten mal ein kleines Zäpfchen einschieben Die sind aber groß Na ja, großes Zäpfchen, große Hilfe Das ist schon eher ein Plug als ein Zäpfchen Muss der so aussehen wie die Bockwurst Ja Ich dachte erst, das wäre eine weiße Bockwurst Nein, das ist ein Zäpfchen Und nur die braven Pokémon kriegen es mit der Spitze zuerst Die anderen mache ich mit der stumpfen Seite Böse Pokémon kriegen die stumpfe Seite zuerst Kein Spucki-Spucki für böse Pokémon Kein Spucki-Spucki Naja, Hauptsache es hilft, ne? Ey, wie viele sind hier denn noch am Leben? Ich weiß nicht Hier ist Schlacke ausverkauft Ich beschlacke all eure Pokémon Damals beim großen Schlacke-Riot Und ich verkaufe keine Samen Wahrscheinlich war das so Guck, ich bin hier so durch Vagina City Oh mein Gott Schlacke für nur 1,99 Dann bin ich hier reingekommen Hier war schon so eine richtige Schlackerei Richtig Schlackerei Sack, Alter Ich bin im Bloodrausch Der Hanna war durchgemäht Eine junge Dame hat durchgemäht Aber irgendwie fehlen hier noch richtig viele Ich meine, wir haben nicht mal eine Zahl, ne? Also hier muss ja noch einiges gehen Hier muss ja irgendwo, keine Ahnung Ich habe gehört, hier gibt es noch so Busch-Fights irgendwo Was ist das denn hier hinten? Ich habe Rockcock gefunden Alter, warst du schon im Gym? Da brennt's! Komm mal zu mir, komm mal zu mir Wo bist denn du? Na hier, in der alten Butze In der alten Butze? In der Pokebar Ach da, in der Pokebar Naja, und? Wo kommst du her? Naja, ich komme oben aus Virginia City Hier ist doch Rockcock, oder? Ist er doch hier? Rockcockock Ach, du bist da drin? Ich bin da drin, jaja In der Rocko-Arena In der Rocko-Arena Dürfen aber nur kleine Jungs rein Warum liegt der denn hier? Der Arena-Leiter Boom, Alter Wie das drin steckt, bei dir auch? Nee, bei mir steckt nichts Ich muss ihm was reinstecken Um den Orden zu kriegen, musste ich erstmal Pudding aus dem Schlauch saugen und ihm was reinstecken Alter, es sieht aus wie nach so einer schlechten Geburt jetzt hier, Alter Weil er liegt hier so, alles ist voller Blut Pokémon Reborn, Alter Oh, die Beine, wie sie wegflackern Guck mal, der eine hier Der sieht aus wie so ein Schmengel, ja? Bei mir hätte du so einen rosen Schmengel da raushängen Alter, die Sau Die Folge Rick garantiert keine Werbung, sage ich dir Der Schmengelmeister Hier, komm mal mit Komm mal mit Wo bist du lang? Hier so Hier, komm mal mit mir Komm mal mit mir Ich zeig dir mal hier das Fitnesscenter Hast du das schon gesehen? Das ist ganz versteckt Dann müssen wir hier hinten rum Dann hier bei Rokoko City müssen wir hier nach rechts Guck mal, hier ist das Gym Und da drin ist Feuer Ich kann Feuer da drin sehen Und da sind Latten vor der Tür Ich weiß nicht, ob das Gym so ein seriöser Ort zum Trainieren ist Ist er tot? Keine Ahnung Hier steht ein schwarzer Türsteher und dahinter liegt ein Basketball Ja, da muss ich erstmal durchmogeln Alter, das ist ja eine richtige Gym-Mafia Hat nicht funktioniert Und Feuer Oh, 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 zurück Ich hab so wenig Leben Oh Alter, wieso ist hier Feuer? Und da liegt schon ein Toter drin Die verbrennen hier Leute im Gym Das ist aber kein Pokécenter, oder? Das sieht nicht so aus wie ein Pokécenter Wer ist denn hier? Alter, wir haben hier Friends Mafia Yakuza Yakuza ist eingeweiht Ich hab's immer gewusst Ich hab's immer gewusst Boah, Alter, wie viele Leute sind denn hier? Ah, hier ist Team Rocket, Zentrale Hinten im Gym Ah, ich hab's immer gewusst Rocket ist sowas wie eine Anspielung auf die Gang-Mentalität in Japan Das hab ich immer gewusst Hat richtig einen pädagogischen Wert, Pokémon Deswegen hat auch Al-Qaida das verboten, ne? Ja Oh Da hinten ist so ein schwarzer Mann, der sich Alter Hier im Wald, ja Ist ein Typ, der metzelt hier voll viele Dudes nieder Im Wald Im Pokéwald O.J. Simpson Wie die brennen Da hinten ist O.J. Simpson Ob er den Prozess diesmal gewinnt? Er hat ihn selbst in seine Hände genommen Seine Hände sind die Schaufeln, sag ich dir Ey, ich zünd die alle an hier, ne? Ich zünd die alle an hier in der Hütte Moment, ich muss erstmal mich hier durchstechen Aua Ich muss erstmal hier meinen Stechlon Level 10 Mein Stechlon Du bist dran Stechlon Du bist dran Stichlon Stichlor Vorsicht, Feuer Alter, die Flammen sind aber fies Aber die brennen, die Gegner brennen Aber du musst dich erstmal hier durchswaffeln Irgendwie sind die ziemlich feuerresistent Ja Aber der hat einen Pipstock Alter Achtung, der hat einen schwulen Manda Einen schwulen Panda? Lass mir ran da Lass mir ran da an die Manda Ich bräuchte jetzt hier so einen Shiggy oder einen Meryl Meryl Squirrel Meryl Streep Ich komm hier nicht durch, ich hab so wenig Leben Oh Neun nur noch, nur noch neun Alter, der brennende Riesen-Asiate Kann ich nicht irgendwie da hinten so durchtrickeln? Ich werfe ihm die ganze Zeit Holzpenisse ins Gesicht und trotzdem überlebt er Ja, dieser krasse andere Pimpstock-Asiate ist noch derber gefühlt Ja, was meinst du, was ich dem auch schon ins Gesicht geschlagen habe? Oh mein Gott, da hinten ist noch ein Koch und ein Zuhälter Er ist noch lange nicht vorbei Ist noch lange nicht vorbei Ey, warum sterben die denn nicht, Alter? Ich renne hier von A nach B die ganze Zeit und werfe ihm Sachen ins Gesicht Vorsicht hinter dir Er hat einen Bart Ja, einer Boah Burning Asians Burning Asians Ey, hier, der Pimpstock-Typ, ne? Der muss doch auch mal jetzt leiden Ist er tot? Er ist tot, oder? Ne, er ist nicht tot Hä? Wer ist denn eben gerade gestorben? Ich weiß nicht, irgendwas hat, vielleicht ist irgendwer verbrennend Nein, 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 nein Der Pimp, dem geht's blendend Der kleine Blandy Blandy, der Pimp Ja, ich hab den großen mit nem Bierkrug Sehr gut, das war seine einzige Schwäche Ja klar, natürlich, die Enzyme fehlen den Asiaten Verstehst du? Oh, ich hab beinah in der Flamme spaziert Alter, das gibt's doch nicht Ich hab ihm hier noch ein Kotlet in den Nacken geworfen Oh, endlich, ey Nimm seinen Stock und peinige Alter, das sieht aber auch fies aus, die zwei hier Die sind so richtig The Thing-mäßig zusammengeschmolzen Was macht der denn hier? Der macht da Feuer von oben, der Koch und der Pimp Achtung, hier drüben, hier drüben Vorsicht Von der anderen Seite Oh, der hat den Pimp provoziert The real Pimp, Shaggy Ey, eigentlich müssten noch Schläge, jawohl Ja, voll in die Flammen geditscht Guck mal, was die da drin machen Er guckt ihm beim Fitness zu, irgendwie Oh, ich werfe mit Geld Und Weingläsern Achtung, die leben noch Einer weniger Achtung, der hat ein Messer Und hier, boah, Alter, was ist das für ein, das Flammending Yes, er ist tot Jetzt dreht der Bulle durch Der Bulle dreht durch Gerade war er noch unser Freund Bam Yes, Alter, wir sind so mega nice Ding, 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 ding Müsste jetzt kommen Okay, wo ist der Ausgang? Was sind das hier eigentlich für ein Raum? Hier liegt auch Geld Das ist, glaube ich, der Gelddrucker hier Alter, Team Rocket Was die für Machenschaften machen, ne? Was machst du da? Gestört, Alter, gestört Einfach nur gestört Schaut es an Bam Wie er burnt, der Typ Ich habe mir richtig schön die Flammen geditscht Go to the exit to leave Ich wette, da drüben die Absperrung, oder? Das könnte doch bestimmt der Ausgang sein Ah, ne, hier Hier auf der Seite Und ich bin raus Ah, nice, ey Mann, war das ne gestörte Runde War richtig gestört, Alter Wer sich das anguckt Und bewertet Der ist gestört Danke fürs Zusehen Bei 4000 kommt eigentlich die nächste Folge Mal sehen, ob wir es schaffen Ach, Viridian City heißt das Ja, sag ich doch Vagina Geek City Tschüss